so man kann sich immer noch keine vorstellung davon machen wie schräg das jetzt ist wo der deutsch steht man sieht ja hier das gelände wenn ich jetzt beim deutsch stände wären wir noch viel hat er geschafft im dritten arbeitsgang also zuerst habe ich erste arbeitsgang gemacht habe ich zweiter arbeitsgang und dann konnte ich dritte arbeitsgang rein machen das ist für mich immer so ein komisches moment beim umschalten weil man steigt da vorne und weiß nicht ob er wieder runter kommt und weiter zieht oder die ganze fuhre nur noch rückwärts geht aber ganz sofort wieder runter kommen gleich im dritten gang weiter also war gar nicht richtig hoch ich habe solche lasten da und er hat überhaupt keinen öl rauch mehr höchstens schwarzen russ mal kurz beim beschleunigen aber wenn der motor wieder raus gedreht kommt da auch nichts mehr also das überholen war echt super oder jetzt geht's reiten kommst du jetzt war ja auch okay wir tun jetzt eine kleine runde reiten sehen wir mal wann es weiter geht man kommt schon mit der kopfstücke vom planerwagen heute nacht auch wieder geschlafen war herrlich okay ich sagte mal tschüss alles gute lasst euch gut gehen lebt jetzt euer leben ist heute morgen kann es vorbei sein